Wenn wir je genug Geld für unser neues schickes Schiff haben wollen, brauchen wir eine neue schicke Taktik. Siehst du die Kreatur da? Dieses hässliche Vieh produziert Ausscheidungen aus reinem Gold. Ich bin gut. Nein, nicht solche Ausscheidungen. Jedenfalls glaube ich das. Egal, hier geht's um Gold. So, schön Schleichwurzeln. Glaub mir, du willst dieses hässliche Vieh nicht aufhecken. Bingo. Dieses schiffen mir. Oh, echt jetzt? Wir haben zwar nur einen Goldklumpen, aber der könnte schon reichen. Ich bin gut. Oh, ich bin gut. Ich bin gut. Jetzt müssen wir umdrehen und dieses hässliche Baby zurückbringen. Kann nicht einmal alles nach Plan laufen. Woher hätte ich denn wissen sollen, dass das Steinmonster eine Lady war? Ich bin gut. Ach ja? Und ich bin am verhungern. Ich könnte mein eigenes Fell fressen. Gut, auf Vorrat einkaufen ist keine unserer Stärken. Ich bin gut. Warte mal, die Burgern im Laden sind wie groß? Ich bin gut. Okay, ich finde ganz sicher einen Weg dahin. Auf geht's. Route berechnet. Ich bin gut. Wer braucht schon ein Navi, wenn Rocket am Steuer sitzt? Bitte fliegen Sie auf der angezeigten Route. Ja, verlier mal keine Blätter. Das schwarze Loch ist eine Abkürzung. Neu berechnen. Ich hab gesagt, schalt das Ding ab. Ich werde uns schon heil ans Ziel bringen. Drehen Sie bitte um. Hey, die waren doch vorher noch nicht da. Wer hat hier seine Asteroiden liegen lassen? Warnung, kritische Temperatur. Ich bin gut. So nah an der Sonne? Du übertreibst. Das ist doch unsere ganz normale Temperatur. Das bildest du dir ein. Kehren Sie um auf berechnete Route. Von wegen. Das ist jetzt völlig ein anderes Schwarzes Loch. Route, glaub mir, das ist alles Teil der Abkürzung. Es ist nur eine sehr lange Abkürzung. Rechts abbiegen. Ha! Sag ich doch. Ich bin gut. Sie haben Ziel erreicht. Geschlossen? Na toll. Warum hast du mir nicht gesagt, dass die so früh schließen? Hätte ich das gewusst, hätte ich die Abkürzung nie genommen. Ich bin gut. Na klar, warum nicht? Oh, ist das schön. Hier, nimm das Geld! Und du gehörst mir. Ich muss dich enttäuschen. Während eurer Abwesenheit hat sich aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen der Preis ein wenig erhöht. Was? Komm schon, du kannst mir doch sicher einen Deal anbieten. Ich hätte da eine Idee. Was soll aus dem alten Schiff werden? Nimm es! Was für ein Schnäppchen! Bäm! Ha ha! Pack du dein Zeug schon mal aus, während ich diesen Duft genieße. Ich bin gut. Ja, ja, ich weiß. Du liebst deinen alten Ham. Nostalgie ist ja nett, aber ich sehe der Zukunft direkt ins Auf. Hallo, ich bin Al, die Kali dieses Schiffes. Ich will euch in die wichtigsten Verhaltensregeln für ein Schiff von meiner Klasse einweisen. Ah ja? Zu fettig. An die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Nein, zu retro. Zu laut, zu groß, zu lang, zu buschig, zu... Schnauze! Wille? Bring uns zurück zum Broker! Wir wollen unser Geld zurück. Oh, es tut mir schrecklich leid. Das widerspricht den Richtlinien. Was? Du mieser Gauner! Gib mir mein altes Schiff zurück! Tja, dein altes Schiff ist ein Klassiker. Einmalig, würde ich sagen. War dir gar nicht klar, oder? Aber wenn du es wirklich willst, hätte ich ein Angebot für dich. Und wieder ein Schnäppchen. Ach, Groot, ich weiß, wie viel dir dieser alte Helm bedeutet hat. Aber es hat doch was Gutes. Wir haben unseren Klassiker wieder. Ich bin Groot. Ja, ja, keiner mag Leute, die ich hab's dir doch gleich gesagt, sagen. Okay, Groot. Wenn wir diesen einen Job durchziehen, haben wir mehr als genug Kohle für das neue Schiff. Ahu! Oh! Ich hasse Fliegen. Entschuldigen Sie. Was für Kreaturen sind Sie? Und wo sind Ihre Einladungen? Ergebendste Grüße, Herzogin. Erlaubt mir, euch seine Majestät vorzustellen. König Groot aus dem Baumreichen Waldreich. Ich vorzügliche, ihre kosmischen Hochadel eures Schandes auf meinem Anwesen begrüßen zu dürfen. Seid willkommen, König Groot. Wenn ich irgendetwas tun kann, um euren Aufenthalt angegebener zu gestalten, dann lasst es mich doch bitte wissen. Okay. Wir tanzen in nahezu göttlicher Harmonie, findet ihr nicht? Oh! Diese! Diebe! Wah! Ah! WAAA! WEG! Wow! Diese Uhr-Alt-Technologie hat ja richtig was drauf. Was? Irgendwas knabbert an den Kabel. Sieht aus, als hätten wir ein Eindringling. Na komm, zeig dich, du mieser kleiner Schiffsfresser. Ein Nagel? Du zerlegst mein Schiff! Mir kommst du nicht, du hässliches Tier. Dich mach ich rund. Und zwar auf die altmodische Art. Glaubst du, du bist schlauer als ich? Okay. Wo steckst du, du kleines Monster? Zeig mir, was du kannst. Nur wir beide. Mann gegen Mann. So, jetzt hab ich dich. Ich bin gut. Das ist alles nie passiert, klar? Hm, ich bin gut. Wir haben nur halb so viel, wie wir für das neue Schiff brauchen. Was sagt denn die offene Kopfgeldliste? Ich bin gut. Mann, wir sind Kopfgeldjäger. Mach dich locker. Ich bin gut. Was soll das heißen? Ich handel moralisch fragwürdig. Ich tu immer das Richtige. Aber warte. Ich bin gut. Ich tu immer das Richtige. Anderthalb Millionen Credits für diesen Baumstumpf, oder? Ich zähl später nach. Ach übrigens, der Bambus wird echt zickig, wenn er seinen Kuscheldrachen nicht hat. Ich bin gut. Ich bin halt Kopfgeldjäger. Mach dich locker. Ich bin gut. Ich bin gut. Wieso hat denn das so lange gedauert? Ich bin gut. So sieht's aus. Also, kaufen wir ein Schiff. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff.